Warum haben wir Pokémon mitgenommen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und was gab es noch auf dem Flohmarkt? Ja, diese Pickups zeigen wir gleich. Pokémon ist ja nicht das Sammelgebiet von mir und meinem Bruder. Warum haben wir es mitgenommen? Gut, wo waren wir überhaupt? Wir waren auf einem Flohmarkt, den ich spontan entdeckt hatte, als ich mal geguckt habe, ist am heutigen Sonntag irgendwas, ja, Interessantes an Flohmärkten bei mir in der Nähe, weil im Endeffekt war, ja, dieser Sonntag sonst Flaute, nix. Und erst in der draugfolgenden Woche haben wir wieder richtig schöne Flohmärkte, einen richtig tollen, einer unserer Lieblingsflohmärkte. Na gut, wir wissen noch nicht, was es ergibt sich dann und ob das Wetter gut mitspielt, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe geguckt und habe gesehen, in einer Schule, in einer Grundschule, nicht so weit weg, knapp 12 bis 15 Kilometer von mir entfernt, findet ein Flohmarkt statt. Ja, habe ich gefragt, mein Bruder, kommen wir mal hin? Ja, warum nicht? Fängt um 10 an, ich muss nicht zu früh aufstehen. Und dann waren wir da so gegen halb 10. Wir sind nicht zu früh. Wir wussten natürlich bei einer Grundschule, was könnte da sein. Viel Bücher, Spiele, Filme, wohl ein bisschen weniger. Viele Klamotten natürlich, weil das ist ja ideal für die Eltern, sich da auszutauschen. Vielleicht ein bisschen Spielzeug, man weiß es nicht. Ja, und wir waren am Gucken und haben ein paar schöne Sachen doch gefunden. Und warum Pokémon? Ja, das zeige ich euch gleich. Auf dem einen Tisch, da stand das hier von Mega, er hat auch eine offizielle Lizenz, Pikachu von Pokémon. Ja, hier in dem Karton, der hat Gebrauchsspuren. Ihr seht, er war auch schon versucht. Das war nämlich zu schwer für die betreffenden Personen. Es gibt nicht nur diesen Pokémon, da seht ihr, es gibt noch weitere. Ja, der Inhalt ist jetzt nicht draußen. Der ist an einer Box, weil mein Bruder wird ihn schon umbauen. Ja, für 10 Euro mitgenommen, war für die Kinder zu schwer. Ja, ob die Steine vollständig sind, angeblich sind sie es. So ganz vollständig ist es leider nicht gewesen. So sah die Anleitung aus. Das ist auch nur Teil 1 der Anleitung. Hier seht ihr nämlich die 2, Teil 1 fehlt. Zum Glück kann man bei Mega Online die Pläne einsehen. Hier seht ihr auch kaputt. Ja, das war leider der einzige Fail im Endeffekt. Ist das Fail, das wissen wir noch nicht. Wir bauen ihn und mal sehen, wenn er schön aussieht. Und wenn das Video noch nicht online ist oder ich noch nicht gerendert habe für euch, dann blende ich euch auch einen fertigen Pikachu gebaut ein. Ansonsten werde ich ihn mal bei mir auf Instagram in meiner Insta-Posts posten oder auch bei mir auf meiner Facebook-Seite von ShotReview. Also der Link da oben, da findet ihr auf der Seite auch ganz oben meine Social Media Kanäle und da werde ich dann mal sehen, ob, wenn er fertig ist, da werde ich auf jeden Fall Bilder posten. So, machen wir es da. Auf der Facebook-Seite. Und in den meinen Insta-Stories. Also ihr müsst dann mal gucken, regelmäßig oder so. Also, naja, wie die mag sein. Macht, wer wollt. Da war noch dabei dieser Fallzettel von einer der Lego Ninjago-Serien. Das ist ja diese Tütenserien. Ja, gut. Ist halt so. War da mit drin. Man hat es noch reingetan. Mal sehen, ob noch was anderes von Ninjago sich da findet, weil das ist ja nicht Lego. Ja, das werden wir sehen. Wie gesagt, ein Kinderflohmarkt. Wirklich rein Kinder. Deswegen war auch nicht verwunderlich, dass mein Bruder ein neues, lustiges Taschenbuch gefunden hat. Hier wieder von Phantom Ears Nummer 15 oder Ultimate Phantom Ears. Da sind doch schon klassische Comics drin, die glaube ich aus den Donald Duck Heften, also den Taschenbüchern von Donald Duck. Ich guck mal. Ja, ne, heute ist das Donald Duck Taschenbuch. 512, 511. Aber auch aus den lustigen Taschenbüchern kombiniert wurden. Und eine Geschichte ist exklusiv in diesem Band drin. Ja, den gab es für, ich glaube, 2 Euro. Ja, dann habe ich etwas nostalgisch gefunden. Da sollte 20 Cent das Stück kosten. Ich habe zwei Stück mitgenommen. Ich habe aber 50 Cent bezahlt, weil ich hatte kein Kleingeld mehr und es war mir dann auch egal. Es ist mehr Nostalgie, weil das ist so Kindheit, 80er Jahre. Das gab es als Werbegimmick, was so verteilt wurde. Ist jetzt nichts mega Besonderes. Ist von Vielmann. Und zwar hier ist einmal noch Sier drin und einmal hier. Hier seht ihr es. Eine kleine Tasche. Ja, das ist eine Lupe. Ich könnte ja auch ausdrehen, so aus Plastik. Ja, ist eine Lupe. Kann ich mir alles vergrößern, was ich will. Das war als Kind früher. Hatte jedes Kind in den 80er Jahren und als Detektivspielen. Ja, hatte ich das auch. Irgendwie fand ich es witzig und für 20 Cent oder in dem Sinne 25 Cent pro Stück war völlig in Ordnung. Da habe ich das einmal noch in so einer Box mitgenommen. Da war es wohl mit drin, dieses Werbegimmick. Und da steht auch Vielmann drauf. Das war halt mein Werbeteil. Ja, und ich gucke gerade. So, das nächste Werbeteil, was wir gefunden haben, da habe ich 3,50 Euro bezahlt, weil das Kind hat 2 Euro pro Stück aufgerufen. Hätte ich normalerweise nicht bezahlt. Ich denke mal, mehr als 1 Euro hätte ich regulär nicht bezahlt. Aber weil es ein Kind ist, habe ich mir gedacht, komm, das ist unfair und unvernünftig. Das Kind hat das selbst vorgeschlagen. Das war wirklich noch jünger. Es war halt ein Grundschüler. Und ich habe dann, ja, es waren zwei Stück, zwei Teile, zwei gleichwertige, sage ich mal. Was möchtest du haben pro Stück? Sagt er mir das Kind. 2 Euro. Ich musste ein bisschen nachfragen, der war sehr leise. 2 Euro. Er hat eben mal 2 Euro pro Stück gesagt. Ich gucke die Mutter an und so weiter. Ich dachte, ein bisschen Handel kannst du. Und muss das Kind ja auch lernen. Hat die Mutter mir im Gespräch danach immer auch gesagt, es gehört ja auch dazu zum Leben. Ich dachte, 3,50 Euro, ist das auch noch okay? Wie gesagt, normal hätte ich nicht mehr als 2 Euro, 1 Euro das Stück bezahlt. Aber sieht man nicht so oft. Ist aus dem Happy Meal, verrate ich schon mal. Und ja, ist jetzt nichts Berauschendes. Aber so zum Hinstellen ganz cool. So noch Heile und zwar hier von Sonic. Aus dem Happy Meal. Fand ich richtig cool. Hier einmal Shadow und einmal Nuggles. Ja, gab es, wie gesagt, haben von dem Kind abgenommen. Abgenommen, das klingt so brutal. Aber wie gesagt, ich habe nur ganz leicht. Die Mutter fand das völlig in Ordnung. 3,50 Euro dann. Das fand ich auch in den Spartopf des Kindes. Und das ist wirklich so, das Rollen sind jetzt nicht so schön. Das ist mehr so ein Pappplastik, wo sie bebaut sind. Das sind Plastikräder. Ist schon so auf Öko gemacht. Das ist keine große Quali, aber die sieht man seltener. Und ich dachte, das ist ganz witzig mitzunehmen. Ja, warum nicht? Gut, was war noch witzig mitzunehmen? Computerspiele gab es nicht viele. Wir hatten da, glaube ich, nur einen Stand gefunden. Der hatte Playstation 3 Spiele. Wollt 5 Euro das Stück, war uns dann zu viel. Obwohl da gute Titel dabei waren, wie Red Dead Redemption oder Bioshock. Aber haben wir alle gehabt. Also in dem Sinne waren nicht so wichtig. Aber eins hatte mein Bruder noch nicht. Für die Playstation 3 ist es in der Essentials Version. Aber findet man, wie gesagt, nicht so häufig. Und zwar Virtual Tennis 4 von Sega. Auch ein richtig gutes Tennisspiel. Kann man auch mit dem Move-Controller spielen. Hat sogar exklusive Features. Und zwar Tennis-Legenden, Becker, Edberg und Rafter. Oder plus zwei Partyspiele. Nur für Playstation 3 steht hier drauf. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es nur bei der Essential dabei war. Dieses Teil oder ob es Download war. Keine Ahnung. Ist alles komplett. Auch sieht sehr gut aus. Und ja, gab es für 4 Euro. Hatten wir noch nicht in der Sammlung. Ist doch das einzige Spiel, was wir da jetzt gefunden haben. Gut. Dann habe ich bei Filmen geguckt. Und da waren hier und da ein paar Filme dazwischen. Und bei der einen bin ich dann fündig geworden. Ich habe für... Naja. Insgesamt für die Filme, die ich jetzt sage, 10 Euro bezahlt. Als erstes habe ich mitgenommen Merlin. Auf DVD. Ich weiß gar nicht, ob es die noch auf Blu-Ray gibt oder so. Sieht man nicht alle Tage. ZD hat aber ein paar Gebrauchsspuren. Ist ein bisschen schade. Ansonsten... Ja. So, gab es diesen schönen Film. Ups. Das war jetzt nicht geplant. So. Und dann gab es noch etwas. Und zwar hatte sie in der Box. Die Personen, die sind auch in Top-Zustand. Eine Serie. Oder Serienboxen drin liegen. Gut, ich meine auch Vampire Diaries und irgendwas anderes noch. Aber das war jetzt nicht mein Ding. Das hat mein Bruder irgendwie schon in der Sammlung. Ja, er hat Vampire Diaries auf Blu-Ray in der Sammlung. Aber die Serie, die ich auch in den 80ern geguckt habe. Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, für den 10er die drei Serien-Staffeln mitgenommen. Und zwar die Nanny. Das war richtig cool. Hier die Rückseite. Das ist jetzt Staffel 1. Dann habe ich hier, dritte wollte ich nicht zuerst. Staffel 2. Ja. Die gab es. Und natürlich Staffel 3. Ja. Und wie gesagt, 10 Euro für die vier, in dem Sinne, Filme. Kann man machen. Und dann. Ja. Und dann. Und dann. Und dann. Ja. Was war als nächstes? Wie gesagt, viele Stände. Viel wirklich aktuelles Kinderspielzeug. Natürlich für uns Retro-Hasen nicht so ganz dabei. Aber da war dann doch was. Da hatte eine ausgepackt Hörspiel-Kassetten von ihrem Papa. Gut. Da waren auch viele Sachen dabei, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Aber ich habe dann mitgenommen. Drei Hörspiel-Kassetten. Die eine hat eine kaputte Hülle. Das ist das einzig Schade. Ich weiß auch nicht, ob ich die habe. Weil ich suche die schon bei mir auf Kassette. Und zwar zweimal für Freunde. Fünf Freunde im Nebel Nummer 10. Hülle ist nicht gerade gut, wie ihr seht. Auch hier noch mit Black Label. Also sehr frühe. Dann hier Fünf Freunde Nummer 18. Geheimnisvollen Spuren. So zeigen. Wird ihr besser sehen. Ja. Halt auch ein bisschen farblich sehe ich gerade da angegriffen. Aber die gelbe Label. Die war glaube ich so. Ist wenigstens zurückgespult sehe ich gerade. Ne? Da auch. Ja. Sogar zurückgespult. Das ist Wahnsinn. Und dann noch Alf Nummer 10. Habe ich dann auch mitgenommen. Gab es für je einen Euro. So ist die auch zurückgespult. Kann ich jetzt gerade nicht so sehen. Ja. Hier seht ihr. Rotes Band. Zurückgespult. Cool. Mit Tommy Pieper. Richtig cool. Und wer spricht noch mit? Kenne ich da noch jemanden? Nils Klausitzer ist die Stimme von Roger Moore auch gewesen. So Kate und Lynn Tenor ist noch Madeleine Stolze oder Madeleine Stolze. Dirk Mayer auch bekannt heutzutage. Norbert Gastel als Trevor. Ochs. Ochmonik. Der Nachbar. Die Stimme von Homer Simpson. Richtig kultig. Ja. Macht Spaß. Na ja. Da gab es wie gesagt für je einen Euro. Und das kann man mitnehmen. Höhlen sind die jetzt nicht mehr schön. Aber was soll es? Drei Fragezeichen. So gab es da nicht an Hörspielen. Nein. Nicht an Hörspiel Kassetten. Aber drei Fragezeichen habe ich doch noch was gefunden. Und zwar wo wir bei Hörspielen sind. Nummer 100. In der Box. Hat mich drei Euro gekostet. Ich muss dazu sagen. Ich habe glaube ich Kassette gehabt vorher. Also ich habe wohl Kassette bis. Oh jetzt muss ich raten. Ich glaube bis 107 gesammelt. Und habe mich auf CD komplett umgestiegen. Habe aber nicht unbedingt nachgekauft. Und irgendwie habe ich gedacht. Komm die sieht gut aus im Schuhball. Sieht man nicht alle Tage. Ist auch noch komplett. Sogar mit dem Bonus. Denn es hat einen kleinen Bonus dabei gehabt. Und auch nichts weltbewegendes. Also kommt auf drei CDs. Wo das ganze Cover eben dann abgebildet ist. Aber hier ist noch dabei die Postkarte. Da steht dann drei Fragezeichen und die Postkarte. Und ihr seht hier die Postkarte. Das ist so das Bonus Gimmick gewesen. Das war noch dabei. Hat man auch nicht alle Tage. CD ist so einen sehr schönen Zustand. Und ja drei Euro kann man machen. Das ist wirklich völlig in Ordnung. So kann man hier aufmachen. Dann weiß man das ist eine Lupe ist. Die hier auf dem Tisch liegt. Hattet ihr sowas auch? Hattet ihr auch diese Lupen? Kennt ihr die noch? Ist irgendwie was witziges. Hatte ich von der Lehrerin, die da war, abgekauft. Und die sagte, die hat es ihren Schüler gegeben. Da konnten sie so ein bisschen im Unterricht so mitspielen. Ja, auch nicht schlecht. Ja, wie ich sagte, ich habe noch Bücher von den drei Fragezeichen gefunden. Habe ich das gesagt? Egal. Jetzt sage ich zwei Bücher. Und zwar einmal die falschen Detektive. Auch eine sehr gute Geschichte. Hat leider hier ein paar Kratzspuren, aber sonst völlig in Ordnung. Und die sieht man seltener. Und die nehme ich immer mit, wenn ich sie finde. Oh, hier sogar mit drei Fragezeichen, Lesezeichen. Wahnsinn. Lieb ich. Hier das Lesezeichen. Kann man so zwischenklemmen. Hat hier so ein bisschen locker. Locker, geil. Und hier hinten auf der Rückseite Zahnpasta und Zahnbürste von Signal Iduna. Von Signal. Die Fanedition. Habe ich mir aber nie gekauft. Jedenfalls habe ich hier, ist auch Top-Zustand, Höllenfahrt. Das ist dein Fall. Das ist so ein Rätselraten. So ein bisschen. Choose your fate nennt sich das auch. Richtig cool. Hey, gut mit Lesezeichen. Wahnsinn. Mega. Das sage ich doch nicht. Nein zu. Ja, schöne Sachen. Das war aber eine kleine, ja, Flohmarktausbeute. Wie gesagt, Flohmarkt in der Grundschule. Da ist es ja manchmal so. Und es gab Pokémon. Ja. Wahrscheinlich wird der gebaut und dann wird auch weitergegeben. Wahrscheinlich wird das so gemacht. Ich habe keine Ahnung. Das war so eine Spontansache. Und mal sehen, wie es ist. Genau. Ansonsten, das war es jetzt. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Es war ein schönes Wetter. Und auch wenn es sich jetzt ein bisschen bezieht wieder. Und vielleicht auch anfängt zu regnen. Wir hatten Glück. Die Sonne war schön. Ich zeige euch mal ein schönes Bild, was ich kurz gemacht habe bei mir kurz vor der Tür. Das ist ein bisschen ein kleiner Wald. Also, ihr seht wunderschön die Sonne. Und ja, schön grün. Alles klar. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr liked, ihr teilt, ihr abonniert und ihr kommentiert. Sprecht mit mir. Was ist hier von euer Highlight? Was hättet ihr auch mitgenommen und was sich liegen gelassen? Ich meine, das frage ich mal so. Alles klar. Dann mach es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.